Es war eigentlich ein Wunsch von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Er wollte ursprünglich, dass bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar 48 statt 32 Mannschaften antreten dürfen. Er hatte diesen Plan trotz aller Kritik in den vergangenen Monaten vorangetrieben. Nun kam die überraschende Wende. Die Option, eine Erweiterung des Turniers in Katar werde nicht weiter verfolgt, teilte der Weltfußballverband FIFA mit. Die Entscheidung sei unter Einbeziehung aller relevanten Akteure gefallen. Unter den aktuellen Umständen sei eine Erweiterung des Turniers nicht umzusetzen, hieß es. Als Hintergrund wird vermutet, dass Katar bei einem Mammutturnier die Hilfe eines Co-Gastgebers benötigt hätte. Die Nachbarn Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind aber mit dem Land verfeindet. Kuwait und Oman konnten wohl keine geeigneten Pläne vorlegen. Damit wird es die erste Fußball-WM mit 48 Teams wohl erst 2026 geben. Gastgeber sind dann die USA, Kanada und Mexiko. Und hier wird es die großereynen Schwung. Das ist die Woche.